so tankstelle krankenhaus sind mal fertig genau hier ist eine tankstelle und jetzt hoffen wir dass wir vielleicht einen schraubenschlüssel das wäre cool schraubenschlüssel wäre cool das wäre mega cool auch wenn ich keinen platz mehr habe aber dafür lasse ich was anderes gerne ich auch da schmeiße ich auch was für weg so hallöchen ach hier ist gar keine tankstelle ist ein minimarket mir doch wieder wie kann hier was finden an den zapp sollst du denn hast du platz für öl ja ich glaube ich habe schon ja dann nimm das mal kannst du nicht nehmen nein ich habe alles voll an den zappsäulen warte ich kann weil du kannst alle zappsäulen absuchen oder viel ist so öl kannst du alle nehmen ja ja genau ich kann es nicht nehmen warte bist du die alle kann ich kann ich nicht ja ich weiß irgendwas raus warte bleibt weil wir nicht denken kann und hast du da weggeschmissen jetzt sollst du nicht wegschmeißen davon haben aber ganz viele in der kiste schon zwei stück davon haben wir nix ok kann ich jetzt denken warte mal mach mal mit niemand ging jetzt wieder mit dir ich habe das jetzt aufgenommen diesen bolzengriff doch kommen wir gehen wir hoffen dass wir hier werkzeug finden oh ja und hat nutzt nichts wenn er da oben steht wissen sowieso ich glaube ich glaube es kommt hier da 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 doch ich bin mir beutel ja bohlen schon wieder lecker am arsch die boden lasse ich jetzt hier da kann ich die hier ich habe ja ich habe ja der wird wahrscheinlich eine werkstatt sein überall boden nur boden hier gibt es wahrscheinlich moni monen jawohl da ist ein spucker muss hier mal jemand auf die fresse jetzt nicht mehr weil hier ist munition ja ich komme und kann man nie genug stimmt allerdings aber ein sturmgewehr oder so wäre auch geil na ja das wäre nicht schlecht hallo kann die boden schon nicht mehr mit ich leider doch um denn leider alles wo aber die die stadt besteht nur aus boden oder was also was panzer und herren zieler hat doch gar nicht ach wie bist du doch aus kein werkzeug gibt es nicht oder muss eine werkstatt sein gibt es doch gar nicht unfassbar hätte ich jetzt nicht gedacht hätte ich jetzt nicht ja kannst du ein punkt visier noch mitnehmen und klemme glaubt nicht hast du hast du elektroteile bestimmt kannst du die stecken ja dann komm her und pillen hast du auch ne ja dann komm mal her dann nehmen wir die elektroteile und die pillen und ich nehme den anderen scheiße mit komm mal her ja dann nehme ich den scheiß hier mit alles hier ja leute jetzt habt ihr schon wieder die nacht vor euch ja ja geht ziemlich schnell hier aber ich glaube wir werden jetzt gleich auch zurückgehen denke ich mal wir gehen zurück oder wir müssen hier noch den highway langlaufen war damit schon wieder draußen ja ich bin draußen das stimmt gesagt nix die geht einfach raus genau ich bin ja alt so dann müssen wir mal gucken aber ich weiß nicht wenn wir den highway langlaufen ihr könnt ja machen wir nehmen euch mit wir gehen mal hier so ein bisschen lang wir gucken mal wo dahin geht warte mal ist das der weg moment stopp der highway ist hier unten hier warte mal wir sind warte mal hier hin und da war das große schild city center das ging dann nach da oben hoch kommen sie her ich bin auf dem weg zu ihnen hier nach da hoch genau ja hier ist noch laden ja mister wochen wash hallo warum haben sie nichts an haben sie vielleicht hier alles klamotten wahrscheinlich stoff was kann man denn hier durchsuchen oder stoff und plastik ich kann nichts mehr nehmen an stoff ich auch nicht mehr ich habe alles voll ja oh stopp mal ich hab was gesehen ich kann was wegschmeißen aber plastik hier ein altes messer kann ich wegwerfen okay ja dann kannst du ja hier stacken ohne ende dann kann ich ja noch den stoff nehmen hier dann kann ich ja noch den stoff nehmen hier ja bündchen ist gut oh warte mal hier ist eine schöne kiste was ist das denn bitte ach das wäre jetzt so schön gewesen ne so eine längliche kiste wäre jetzt so schön gewesen aber leider nicht ja ich mein gut im waschcenter hätte ich da jetzt auch nicht also erwarten tue ich das nicht ne nicht wirklich hier sind noch frissalien drin ich bin schon wieder draußen ja da habe ich mir gedacht haben sie wirklich alles durchsuchen ja ich habe hier draußen noch automaten da gucke ich nochmal wegen vitaminchen so wir haben hier alles durchsucht die waschmaschine hat sie nicht durchsucht doch habe ich aber ich kann nichts mehr nehmen davon aber ich kann nehmen deswegen durchsuche ich die ja noch mhm oh jetzt ist auch feierabend jetzt geht gar nichts mehr naja gar nichts mehr also stoff kann ich nicht mehr mitnehmen ok ich habe jetzt 120 mal stoff ok hört sich komisch an also hier geht es jetzt zum city center kommen sie mal mit jetzt hier naja ich kann da nichts mehr nehmen ist doch scheißegal kommen sie doch mal mit vielleicht eine wumse dann machen wir das schon irgendwie das war die straße zum city center hier ne der war sie nicht mir ja weil die jetzt so klein aussieht grad sah sie so vierspurig groß aus du siehst auch vierspurig groß aus ein bisschen auch nicht also was sollst aber diese sprüche leute was ist das denn da links haus so dass das angeleuchtete dach vom mondlicht mhm guck mal auf die karte leute mhm wir sind in der anderen richtung unterwegs mhm ob das mal so gut ist was wir hier gerade machen wir werden es sehen oder auch nicht du weißt ja wenn wir wieder zurücklaufen müssen du weißt wie lange das dauert ne fimschi kann sich doch mal ein bisschen die gegend angucken auch ohne auto bisschen bewegung nachts sonst alles nehmen jo irgendwann ist mal feierabend irgendwann hat man so viele klamotten wenn wir einen rucksack herstellen könnten das wäre so geil oder ein auto und das ins auto legen könnten hier sind auch so viele häuser ne ja aber city center sehe ich hier aber nicht ja das geht da runter müssen immer geradeaus weiter laufen wir laufen weiter ok wir laufen weiter vielleicht denken wir ein bisschen was von der karte auf sie sagt wir gehen weiter ja nur ein bisschen ne keine gegner angreifen erstmal weiter gehen ich will ein bisschen die karte aufbauen ja gut wenn die jetzt kommen und uns anschreien vorsicht ist in bären hinter dir hau ihn doch weg hier ich mach mal die dame mit den schrapsen hier die mach ich mal weg oh die hat auch viel fallen gelassen ich kann nichts nehmen ich kann nichts nehmen vorsicht hinter dir ich kann nichts nehmen ok ich auch nicht ich weiß nicht werden wir nicht sehen warum nicht weiß ich nicht ist das die richtige richtung hier warte mal ich mach mal karte warte ich schmeiße mal jetzt die dinge weg seht ihr das seht ihr das die karte wird immer größer es ist wirklich wahr es ist wirklich nicht nur das kleine ding man kann wirklich jetzt ach du scheiße ich hab die spulen weggeschmissen ja dann guck mal auf deiner karte nach wir machen die ich wollte nur sagen mit u ne ja kannst du alles ausschalten wie ausschalten ja das nichts mehr angezeigt mit u ja ach so ah leute so ist er besser naja viel hat doch jetzt auch nicht gebracht was haben wir denn hier ist irgendeine firma aber da will man auch nicht gehen wir gehen mal weiter ich will mal gucken wie weit wir hier noch ein bisschen laufen können vielleicht sehen wir ja doch eine polizeiwache da steht dann könnte das ein polizist sein der hier vor mir steht ich hab mal die spulen fallen komm mal bitte zu mir ich weiß gar nicht wo du bist ich bin vor dir ich bin einfach ich bin ich bin in dem ding weißt du könnte das ein polizist sein der da vor mir steht dann müsste eventuell hier irgendwo eine polizeiwache sein weil du läufst du jetzt wieder zurück nö hier ist nicht zurück natürlich nein wo sie für den polizisten vor dir das ist ein polizist siehst du ymca und hat er denn borschungsstoff mehr hat er doch nicht wo soll denn dann die polizeiwache sein bitte also wenn er schon polizist gibt dann gibt er eine polizeiwache da hinten glaube ich was könnte da hinten sein ach hör auf hier oder ich weiß es doch nicht man da war nur eine vermutung nimm den beutel mit ja wird mir nicht angezeigt kann er nicht mitnehmen dann nehme ich den mit das ist eine firma das ist eine firma dann also auch so ein wie er dann freund kommt immer gucken wir haben sie ja werkzeug hier ich habe die spulen fallen gelassen ja hast du gesagt weil ich habe keinen bock dann alles mitzuschleppen hier ist mir zu blöd vielleicht gibt es ja auch noch mal ein gefängnis da wäre auch cool ne die haben auf jeden fall ein sturmgewehr das ist jetzt interessant freunde das ist sehr interessant wie soll man denn da reinkommen wenn da welche sind und ach du scheiße wie soll man denn da reinkommen wenn man hier nicht reinkommt hi ach so schreien immer alle wer bist du denn du der hausmeister hier ja guten tag hören sie mal Pock geht halt hier hast du gesehen und Pock weg bist du Junge Junge ja also das mit den Spulen also ich fände es cool wenn ich zumindest ne Dings hätte was hättest ja hast du noch hast du noch kurz Waffe hier ist nämlich noch Moon für ne kurz Waffe oh ich weiß ja nicht wo du bist bist du da in dem ersten Gebäude drin ja in dem einzigen Gebäude was ich hier sehe okay warte mal ich guck mal ob ich die eventuell nehmen kann irgendwie warte mal ich schmeiß mal was ab hm was schmeiß ich denn mal ab wovon hab ich denn nur eins gar nix glaub ich mal ja kannst du ja drinnen gehen vier kurz Waffen Moon aha okay so da drüben ist auch noch ein Gebäude nach Polizei sieht das nicht aus ne nicht wirklich aber ich denke mal das hat wohl so was willst du denn also tut mir leid wenn hier Etagenbetten sind ja weiß ich nicht für die Arbeiter wahrscheinlich eher für das nicht hm ja da müssen wir wohl nein gut wir haben jetzt gedacht das hat eine Polizeiwache sind aber leider ist das ne aber wir gehen mal wieder auf die Hauptstraße hier zurück ganz äh Inventar ist voll wer ach der ja ja leute ja da ist natürlich jetzt so ne geschichte ne ich guck mal hier weiter wenn wir jetzt irgendwas sehen was wie ne polizeiwache aussieht bin ich sofort dabei ach du scheiße wir laufen jetzt erstmal noch ein Stück weiter aber wir müssen spätestens irgendwann wieder zurück bei unseren Inventar voll ist ja schon richtig das nutzt ja alles nichts ähm wir sollten vielleicht auch mal ab und zu U drücken damit für unsere Stärke sehen ne ne brauch ich nicht unbedingt bleib mal stehen bitte ja bleib mal bitte stehen okay ich vergiss ja jedes mal ein Thumbnail zu machen warte mal dreh mal um ja ich mach das mal so im Dunkeln mach mal U tak und jetzt mach ich ein Thumbnail jo dankeschön U wieder an oh Bimbo äh Bambi warum sagst du das jetzt weil mir das so eingefallen ist jetzt gerade was haben wir denn hier für Gebäude hallo Junge ey warum wir mal zu mir ja weil du wahrscheinlich anders riechst oder was wo rennst du denn hin ja warte ich will gucken was er hier ist aber die ist auch keine Polizei ne ist ne Garage sieht aber auch nicht mehr wie Polizei aus komm wir bleiben auf der Straße besser Gewächshaus ist hier und ein Brunnen und ne Ente ja und ein Schwein da ist ne Farm hier mhm das war das war ne Farm ja leider war unsere Mission nach einer Suche nach einer Polizeiwache nicht von der Volke grün allerdings seh ich gerade das war nicht gut von der Redneck Station hier ne ja das find ich doof es sei denn wir kommen noch in eine big große Stadt aber ja aber ohne Auto ne ohne Auto ist doof so jetzt weiß ich nicht wo sie wieder sind ich bin hier ein bisschen vorgegangen auf der Hauptstraße ach du scheiße ach du scheiße ne 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 ich komme ja zu ihnen zurück da ist sie ja da ist ein super Josh na den machen wir eben weg noch den mach du aber alleine weg ich nehm schon mal die Wumse ich zieh mal die Wumse zack oh ich hab keine Munition für die Wumse was brauchst du? für das Maschinengewehr hier für die kleine ich guck mal aber ich hab ja auch ich hab ja kein Platz mehr ach so ja dafür könnte ich ja na doch hab ich kannst abschmeißen mhm paar Schuss dann machen wir den Weg da ach scheiße kann ich ja gar nicht so machen ey fuck die kannst du nicht so machen ja ich will ihnen ja jetzt nicht meine ganze Schuss geben dann hab ich ja nichts mehr also muss ich ist doch egal hast du jetzt egal gesagt? ja sicher ist das egal was schmeißt du denn da ab? kann ich das nicht teilen? du sollst mir die Munition geben ja toll jetzt hab ich keine Munen mehr Mann die kriegst du doch gleich wieder ich brauch doch nicht so viel boah was stellt die sich immer an ne? also Leute es ist unfassbar es ist mit der Frau es ist unfassbar ja ich hab ja doch warte ich schmeiß dir die Hälfte ab nein ich hab ich hab ich schmeiß dir jetzt die Hälfte er sagt mit 63 Schuss komm jetzt ich hab nur gedacht dass ich gar nichts mehr hätte komm darf ich nachladen? ja das kannst du auch im Gehen machen ne ich kann nicht gehen und nachladen kann ich nicht mach ich doch auch wo ist der Kamerad denn? da uh! was hat den geworfen? was stimmt mit dem nicht? oh ein Bär! ich hab ein Bär erlebt ich hab mich mitgeschossen mhm ich bin heute ich jetzt ich hab aber mitgeschossen ich hätte auch holten dürfen mein Inventar ist voll ich kann nicht alles mitnehmen ja ich kann auch nichts mehr nehmen ja dann schmeiß ich mal weg dann muss ich mal wegschmeißen ja Bär ein Bör ach ja hier ist auch wieder ein Farmhaus ich kann die Munition wieder ich kann dir die Munition wieder geben ja kann ich sie auch nicht mehr nehmen ich hab ja ihren Bör schon halbwert Schmiermittel genommen ja aber du kannst doch deine Munition stecken oder nicht? ja komm mal her probieren wir aber kann sein dass ich voll mit dem du wirst schon warte ja die Munition kannst du nehmen hm wenn er meint ja doch so Leute und ich nehme den Bär eben ne was kann ich denn Leute was kann ich denn davon nehmen was liegt denn da noch? Fell da muss ich was wegschmeißen hier Wollst du hier angehören Kurzwaffen Munition wolltest du hier haben? ja warte mal dann komm mal hier rüber aber die Kurzwaffe war doch bei mir voll hast du noch was anderes was du mir geben kannst? warte mal ähm guck mal ob er irgendwie Plastik Schmiermittel ja gib her warte ich guck mal eben also Schmiermittel kann ich dir geben ja das stack ich dann ähm was noch? kühlwasser öl 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 hast du doch genommen Klebeband Schmiermittel hast du jetzt gekriegt von mir Klebeband Klebeband kann ich auch nehmen ok hast du So, ich guck mal, ob ich das jetzt nehmen kann Da von dem Bear Weil ich will das auf jeden Fall mitnehmen, ihr Leute Auf jeden Fall Immer noch Inventar voll Warte, ich muss dir noch was geben, komm her Was kannst du noch gebrauchen? Cola, Kaffee Münzen Ja, gib mal Münzen Okay, ich geb dir die Münzen Einmal, zweimal Jetzt müsst ihr aber gehen, ich hab nur noch eine Art Fälle hier Jo, ich hab alles Okay, so Leute So Leute Das war's Genau Ich würde mal sagen, ich weiß noch nicht mal, wo da hinten ist Ja, wir wissen, wie da zurückkommen Ja, keine Polizeiwache Ach, da ist unser Häuschen, ja Ja gut Egal Wir werden es noch finden Genau Wo wir das gefunden haben Seid ihr wieder dabei Also, macht's gut, Leute Tschüss Tschüss Ja, wir werden es noch mal Oh Ach, dasAG